Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Abjagen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Jagd ab. Jagde ab. Hat abgejagt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich jage ab. Du jagst ab. Er jagt ab. Wir jagen ab. Ihr jagt ab. Sie jagen ab. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich jagte ab. Du jagtest ab. Er jagte ab. Wir jagten ab. Ihr jagtet ab. Sie jagten ab. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe abgejagt. Du hast abgejagt. Er hat abgejagt. Wir haben abgejagt. Ihr habt abgejagt. Sie haben abgejagt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich jage ab. Du jagest ab. Er jage ab. Wir jagen ab. Ihr jaget ab. Ihr jaget ab. Sie jagen ab. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich jagte ab. Du jagtest ab. Er jagte ab. Wir jagten ab. Ihr jagtet ab. Sie jagten ab. Den Schluss macht der Imperativ. Jage ab, du. Jagen ab, wir. Jagt ab, ihr. Jagen ab, sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb abjagen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.